Hallo, Slydy? Ja! Hast du Bock, einen Troll-Death-Run aufzunehmen? Ich hätte schon Bock drauf, bezeihst du mich auch gut? Boah, ich weiß nicht, weil, Dingens, ich hab gehört, du bist auch krank, gell? Ich bin schon ein kranker Death-Run-Spieler. Aber ich mein, du bist so krank auch im Kopf, oder? Normal, guck mal, hast du den Abwasch gewaschen? Wenn nicht, dann guck, dann werd ich sauer, Mann! Okay. Jo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin's Doiko. Ähm, ja, keine Ahnung, was das für eine Unmod war. Ich wollte gerade sagen, ey, du bist schon krass unterwegs, Digga, Slydy. Jetzt bin ich sogar grün, nicht meine garne Kachie. Ja, du bist zwar eine garne Kachie, aber ich halte mal Sicherheitsabstand, weil du hast schon breite Arme, Digga. Normal, Digga, breiter als dein Gehirn. Leute, wir zocken einen heftigen Troll-Death-Run und ich muss sagen, ich hasse eigentlich Death-Runs. Ey, mir platzt eine Ader, weil ich die einfach nicht kann. Ich bin zu schlecht darin, ich sag's euch ehrlich, aber wir gucken einfach mal, wie wir das veranstalten, wenn das so heißt, oder, Slydy? Ja, genau. Und ich würde sagen, bevor wir anfangen, Leute, ganz wichtig, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dreht euer Handy ganz kurz, Glocke an und dann auf alle Benachrichtigungen. Und jetzt fangen wir an. Okay, und go, Digga. Weißt du, wo lang, oder was? Ach, es gibt zwei Portale, Rifts, Rifts. Ich würde sagen, geh du hier rein, ich geh da rein. Okay. Auf drei, eins, zwei, drei, und. Oh, ich bin Level drei auf einmal. Laber nicht, ich bin Level eins, hä, wirklich jetzt? Ne, ich bin tot. Wie, du bist tot? Achso. Ja, ich hab die falsche Knick genommen, du wusstest, du kennst ihn mehr, Herr Pau. Aua, hallo? Spinnst du? Sag mal, hab ich hier. Äh, ich weiß, wie es weitergeht, aber weißt du, wie es weitergeht? Ich hab's gerade herausgefunden, beim Zusammenhauen. Okay, ich würde mal sagen, ey, ich überlasse dir den Vortritt, oder? Lauf mal. Okay, Bruder, nochmal. Hä, wie? Ist das richtig? Hä, als ob jetzt, Digga. Ich hab das gerade gesehen, wo ich dich zusammengeboxt habe. Laber nicht. Also, bist wir da rein, oder wie? Ich weiß es nicht, es ist ein Knopf, aber du darfst drücken, ich drück nicht. Okay, warte kurz. Ja. Hallo. Äh. Äh. Huch. Da bin ich ausgerutscht. Okay, hau rein. Okay, wir drücken den Knopf in drei, zwei, eins, und. Das wird schon jetzt ein Schneeball. Geil, let's go. Und was bringt das jetzt? Äh, nichts, okay. Also, was... Nimm mal mit. Okay, nimm mal mit. Ja, ja, ja. Und jetzt müssen wir hier weg, geh hier an diese Kante, oder ich geh in die Kante, und du versuchst jetzt dann durchzugehen. Mit Eis, okay, oder bleib du da. Digga, ich bin gerade komplett verwirrt. Was, was, was jetzt? Ich versuch das Level zu verstehen. Okay. Guck mir jetzt zu. Nein, ich bin an Checkpoint gekommen, aber du bist tot. Gut. Hallo? Alles geplant. Alles geplant, was? Okay, okay, okay. Gut, da würde ich sagen, warte mal. Wie hast du das jetzt gemacht? Du bist einfach... Ich weiß nicht, ob es das ist. Das ist das Problem an Troll, der Franz. Weil ich meine, du findest diesen Weg nicht. Das ist richtig, das ist richtig. Oh mein Gott, ich bin weiter. Okay. Also, du machst Eis. Ja. Du lässt dich von diesem Eis boosten und du springst direkt hoch, wenn die Rampe nach oben geht. Dann springst du hoch und dann nochmal hoch. Und dann bist du fertig. Ey, das ist gerade viel zu viel für mich. Okay. Perfekt. Und nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Und jetzt bist du out of map, ne? Alter, ich bin mit zwei. Ja, Leute, ja. Liked mal das Video. Wir haben es geschafft. Das war es mit dem Video out of map. Aber es ist kein Spaß, okay. Warte mal, bevor wir hier was machen. Ich sehe doch hier schon noch einen Checkpoint. Wir müssen wieder da oben hin, oder? Kann das sein? Genau, genau. Ich glaube auch. Da ist wieder sowas. Oh ja, da ist ein Rift. Äh, ich sterbe safe, wenn ich da reingehe. Geh rein, geh rein, geh rein. Und? Nein. Deswegen Troll Deferon. Aber egal, ey, wir können das doch gut. Wir kriegen das jetzt hin. Ja, ich probiere jetzt mal. Zack. Wir sind The King, The King. Mäßig, ja. Wow, wow, warte. Ist das richtig? Ich bin ins Wasser gefallen. Du, okay. Ich bin abgesprungen und hab's überlebt. Perfekt, du bist auf der anderen Seite. Ja. Okay, dann lass gucken. Weil ein Weg ist der richtige wahrscheinlich, ne? Capture Area Fall Tip. Okay, hier ist ein Tipp. Ich brauch keinen Tipp. Noch nicht. Okay, ich wurde getrollt. Ich guck mal jemand, was hinterm Eis ist. Oh. Ja. Alter, wie krass. Und ich kenn die Map nicht. Ich hab gesagt, ich bin der treue Deferon König. Komm mal her, komm mal her zu mir. Ich hab ein Ei gefunden. Ehrlich? Ja, aber das ist auch ein Troll locker. Guck dir das mal an. Sollen wir da reingehen? Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich geh jetzt, ich geh jetzt. Ah, ich sterbe. Oder? Hä? Ich bin wieder zurückgebackt. Okay, das ist falsch. Lass hinter diesem Eis-Ding. Okay, dann lass hinterm Eis. Okay. Du hast die Vorfahrt. Korrekt. Du sagst vorgegen. Bitte, Leute, drückt mir die Daumen. Und Level 3. Ey, das war richtig. Wuhu. So, guck mal. Ja. Da oben sind drei Eingänge, Durchwege. Ja, Mann. Hier ist die Tür. Ja. Hier sind Fein. Warte mal. Ja, hörst du? Komm mal mit. Okay, ich komm mit. Okay, hier sind Neos. Ist niemals der Weg. Alter. Ist nicht der Weg, oder was? Niemals. Wir brauchen noch irgendwie... Wie bist du jetzt? So hochgekommen, Digga? Am Weg der Tür? Ja, ja, ich hab die Tür geöffnet. Und es scheint sie lang zu gehen. Okay. Äh. Ja. Hier ist ein Ein. Das ist wieder Flachserei. Das ist Flachserei. Was ist, wenn wir links versuchen? Aber warte mal, kann man das überleben? Nee. Versuch mal rechts. Ja. Warte. Ja. Alter, wir sind Level 4. Wie krass. Ey, Leute, wenn ihr jetzt noch dran seid, kommentiert mal. Hashtag Slidy, entscheid mal. Was sollen die Leute noch kommentieren, wenn die noch dran sind? Äh, Hashtag Halloween. Kommentiert alle Hashtag Halloween, wenn ihr euch wirklich auf Halloween freut, auch wenn wir Corona haben, wie es das und so. Aber trotzdem, ey, Halloween ist immer geil, oder? Normaal. Oder? Hier oben ist nichts. Warte mal, ich laufe mal rechts. Nee, warte mal, wir sterben doch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, wir werden geprankt. Geprankt? Prankt. Ich glaube, wir müssen da doch hoch. Nee, doch nicht. Hör mal auf. Hier, guck mal, siehst du das? Was? Hier wurde so ein Geheimboden verwendet. Ja. Soll ich mal da hinspringen? Oder willst du? Spring mal hinspringen. Ich schaffe, das glaube ich nicht. Nee. Ich bin drauf, ich bin drauf, ja, ja. Ja? Ah, man muss, ich bin hier. Uh, ja, Digga. Okay, warte mal. Ich glaube, man muss jetzt hier lang. Ich glaube, wir haben es direkt rausgefunden. Warte, warte, ich weiß es nicht, Digga. Ich habe aber gerade richtig Angst, weil ich hier balancieren muss, Digga. Okay, warte mal, ich habe, ey, ich will nicht da hingehen, Digga. Am Ende ist da... Geh, geh, geh. Was ist das? Ähm, ja. Ich laufe mal weiter. Nee, nee, du kannst da runter. Ich habe was geöffnet. Kann ich echt da runter? Ja, ja, ich habe was geöffnet. Soll ich echt da reingehen? Probier. Okay, okay, und go, bitte, bitte, bitte. Ich will Level 5, ja. Ja? Ja, Digga. Was ist das, Digga? Soll ich drücken. Du musst dich immer umgucken. Guck mal, da oben ist so ein Bild. Aha. Und da ist auch so ein Bild. Ja, selbe. Und hier ist ein Knopf. Drück den mal. Drück den mal. Okay, ich drück den jetzt, ja. Hab diese Granaten. Okay, ich brauche die auch. So. Du gehst linkes Bild, ich gehe rechtes Bild. Okay. Okay, linkes, rechtes Bild funktioniert nicht. Ich bin drin im linken Bild. Lol, it's not going to be that easy, hä? Also, es ist Troll, gell? Warte mal, soll ich rechts gehen? Ich hatte gerade, Bruder, ja, geh mal rechts. Aber ich hatte gerade mehr Glück als verstanden. Ich bin tot. Oh, oh, oh. Oh, oh. Du hattest auch fast dein Glück als verstanden. Ja, aber ich bin tot. Also, der Treu hier ist, dass der Boden verschwindet. Ja. Boah, das wird so schwer. Das ist ein richtiger Weg. Ich versuch. Oder hau mich raus. Ist ein richtiger Weg. Ja, ist ein richtiger Weg. Ja, ist ein richtiger Weg. Ja, ja, ja. Ja, komm, 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 komm. Ja, 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 Junge. Checkpoint. Ich bin safe. Ich bin safe. Okay. Was soll ich machen da? Was denkst du? Spring in das Portal. Hä? Ja, doch. Spring in das Portal. Ist richtig. Ja, Mann. Oh, Level 6. Juhu. Level 6, Dicker. Die Web ist geil, Mann. Bockt schon, auch wenn ich in die Falle genug bin, aber bockt. Okay, wir gucken nochmal unter den Checkpoints. Nix. Nix, Dicker. Ich guck mal in den Fallen, Dicker. Okay, wieder nix. Äh, je, in der Falle. In der Falle drin, Dicker. In der Falle ist noch eine Falle. Nein, das ist falsch. Warte mal, haben wir schon mal das hier ausprobiert? Nee, okay. Ich dachte, da wäre so ein unsichtbarer Boden. Ich weiß. Links auch nicht. Äh, warte, warte. Das war ein Fade. Oder was ist das? Hey? Ey, ich bin unter Wasser. Ich bin hier unten. Okay, warte mal. Oh mein Gott, du hast den Weg gefunden. Lava nicht, wirklich? Ja, doch. Komm her, komm her. Ich glaube, das ist richtig. Warte, warte, warte. Ah. Okay, warte, warte. Geh, 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 geh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Dicker. Was mache ich denn jetzt hier? Okay, warte, dann lass mich durchs Porteil gehen. Ich bin, ich hab's geschafft. Ja, Level 7. Echt? Ja, Dicker. Hä, du bist göttlich. Hä, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich bin aus Versehen. Also, ich habe auf Spaß mal probiert, da rein zu. Was? Okay, hier kann man. Ist falsch. Ey, ich bin oben gesprungen, aber bin gestorben wegen der Falle. Trigger mal, dann renne ich durch. Okay, korrekt. Hier ist ein Knopf. Ah, nee, für die Shotgun. Ja, ja. Ich weiß für was, Shotgun. Ich bin da durchgekommen. Da kommen Lots. Man muss die fighten. Wahrscheinlich. Okay. Habt ihr alle gekillt. Nice. Komm, komm, komm. Alter, das ist doch, das ist doch als ob. Soll ich jetzt durchs Portal gehen? Hier ist ein Portal. Hier ist ein Portal. Wie jetzt? Oh ja. Wie kommt man denn da hin jetzt? Ich weiß nicht, wie ich da rein springen soll. Ganz herzlich versuche ich mich. Ah, ja, ja, ja. Okay, okay. Oh mein Gott. Duck dich und dann let's go. Level 8. Mein Gott. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind anders gut, Alter. Ich würde sagen bis Level 20. Spannend. Tiger dann auch. Bis Level 10. Unser Ziel, Digga. Unser Ziel ist es bis... Ey, das ist schon viel zu krass, dass ich überhaupt es schon bis Level 8 gepackt habe. Über den Türen, also über den Türen, also über den Türen, in den Tunnels. Die Tunnel sind doch das. Das ist doch der Tunnel, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Und über der Tür checken, das ist ja das Unsichtbare. Haben wir gecheckt. Ouch. Oder, guck mal rechts auf der Map, siehst du das? Wo es weitergeht. Aber es ist ja mit Portalen, das würde sonst kein Zeller gehen. Wenn die Map uns den Weg zeigen würde. Ich habe es geschafft. Ich bin Level 9. Oh mein Gott. Was jetzt, Digga? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Hier, das Portal. Äh, Bro? Ja. Hä? Was? Das Portal. Hä? Nein, nein, nein. Du kannst richtig hoch springen, wenn du da ganz vorne rechts gehst. Ah, okay, okay, okay. Oh, hä? Ja, das meine ich. Aber ich komme noch nicht rein. Nee, es ging nicht. Aha. Wenn das richtig ist, ne? Ja. Das war richtig. Das ist eigentlich echt einfach. Also wirklich. Das war... Ja, perfekt. Geschafft. Ach so, ah, okay. Level 10, letztes Level. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, da war eine Waffe. Ja. Aber die konnte man nicht nehmen. Angeblich nicht nehmen. Musst du... Ich glaube, das ist der richtige Portal ist. Ich weiß nicht. Okay. Geh mal da rauf. Warte, ich muss erst mal wieder zu dir kommen, ne? Genau, erst mal da komplett durch. Ja, jetzt links. So, jetzt triggerst du diese Falle, die erste. Links oder rechts? Rechts, rechts. Okay. Du siehst meinen Arm, ja. Ja. Hä? Ja. Genau, jetzt gehst du da rauf, das Grüne. Jetzt auf das Grüne rauf, auf das Grüne rauf. Ja. Rauf, rauf. Und... Stopp, stopp. Ja. Und jetzt versuchst du, ich trigger dir das gleich. Ja. Und die ganze Zeit, damit du dann mehrere Versuche hast, da hochzukommen. Ja. So, versuch hochzukommen. Aber einfach springen, oder wie, oder? Ja, da, wo ich drauf war. Warte kurz. Ja. Ich muss wieder triggern, damit du dann nicht sterbst. Okay, jetzt. Ah, bitte rauf. Okay, bitte rauf. Perfekt, warte. Ich probiere auch. Ich weiß nicht, ob das der Richtige ist. Lass es bitte. Okay. Ich probiere. Hä? Das war doch so gut. Und zwar bleib du da, wo du bist. Ja, okay. Guck jetzt, wo ich... Ja. Du musst es einfach da durchwerfen. Und dann? Und was passiert jetzt? Dann geht ein Ding, links von dir, ein Portal auf. Ja, und wie kommen wir da hin? Achso, hochlaufen. Ira. Okay. Da reinspringen. Warte. So. Oh mein Gott. Wir haben alle 10... Ey, wir haben alle 10 Levels geschafft. Ey, ich kann nicht mehr. Ohne Witz. Ohne Slider hätte ich nicht mal Level 1 vielleicht gepackt oder so. Keine Ahnung. Ey, ich würde mal sagen, ohne Witz, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, das Video zu liken. Und abonniert unsere Kanäle. Ey, ich lasse mich jetzt einweisen in die Klapse wieder. Ich bin wieder sexy. Oh, dann bleib ich doch noch. Wir sehen uns heute. Ciao, ciao. 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 Ciao.